Nieders hat einfach komplettes Chaos verbreitet und damit die Season 3 eingeleitet. Wie jetzt? Die Season 3 beginnt jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, alles voller Wasser. Tata, du brauchst nicht zu weit, ich bin bei dir, okay? Ja, ich hab schreckliche Angst. Ich wollt mich mit jedem Jungen so ein Schakalaka machen. Mich zuerst rausgehen, okay? Zombies auf, 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 12 Uhr, auf 12 Uhr Zombies. Alle einmal bis eliminieren. Like das Video, teile das Video und wenn du gönnst, dann lass doch auch gerne ein Abo da. Und jetzt geh sofort zu deiner Mutter und sag ihr, dass sie dir verdammt nochmal einen Köftespieß machen soll. Spaß, trag mein Crudercode ein. Ah, Herr Schweinebacke. Herr Schweinebacke, was ist los, Mann? Was ist los, Herr Schweinebacke? Warum kommen sie rein? Hört mir zu, die Apokalypse hat bekommen. Die Map setzt sich langsam unter Wasser. Ihr müsst jetzt sofort los, komm, komm, komm. Herr Schweinebacke, Herr Schweinebacke, warten Sie mal, ich bin noch im Halbschlaf, Mann. Was ist los, Alter? Fragen später. Was ist los, Mann? Mädels, Mädels, los, Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Community, was ist mit der Map passiert? Hier ist alles überschwommen. Ich glaub, das wegen der neuen Season, oder? Digga, schlade, schlade, wir müssen runter, jetzt schnell runter, 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 runter. Oh mein Gott, what the fuck? Oh mein Gott, Community, was ist hier los? Geh doch nicht runter, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Geh wieder hoch, geh wieder hoch, geh wieder hoch. Was in der Nacht passiert, Herr Schweinebacke, okay, 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 wo gehen wir hin? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, entweder wir gehen jetzt durch und fahren zu dem geheimen Ort. Oh mein Gott, oh mein Gott, warte mal, Tata geht's dir gut, Tata geht's dir gut? Naja, geht's dir gut. Ja, mir geht's auch, wo ist Lilly hin? Wo ist Lilly hin? Warte, wo ist Lilly hin? Lilly? Lilly? Oh mein Gott, Community, Lilly ist einfach weg. Lilly? Lilly, ey, Herr Lehrer, Lilly ist weg, wo ist sie hin? Lilly, hallo? Oh, sie gibt jetzt keine Zeit für Lilly. Lilly, die kommt bestimmt gleich, das Wasser steigt, wir müssen nur hoch auf die Bären. Wie das Wasser steigt. Ey, was ist hier los, Herr Lehrer, Mann? Oh, Herr Schweinebacke, Mann, was ist hier los? Das erzähle ich dir später. Oh mein Gott, können wir denn ins Wasser? Okay, wir gehen jetzt durch. Okay, 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 alle ist Wasser, alles ist Wasser. Herr Lehrer, Herr Lehrer, es ist viel zu dunkel, haben Sie nicht irgendwas, mit wem wir Licht machen können oder so? Ja, Oxy, Oxy, nimm du die Taschenlampe. Ich soll die nehmen, warum nicht? Ich fahr' ich zu dem geheimen Ort. Warum denn echt die Taschenlampe, wo ist die denn hin? Herr Lehrer, die ist im Wasser irgendwie versunken. Ah, da ist die, okay. Hier. Vielen, vielen Dank. Perfekt. Okay, 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 es ist schon wieder ein bisschen heller. Bist du das, Bendeci, bist du das? Bendeci, alles gut bei dir, Bro? Nein. Bendeci, Bendeci, warum weinst du, Bro? Alles gut bei dir? Also, ich lasse so viele Zombies. Wie Zombies? Was für Zombies? Bendeci, alles gut, Mann. Hier ist nur, hier war anscheinend ein Tsunami. Ja, also, ich bin da jetzt nächst gerannt und da waren Zombies. Wie, da waren Zombies, Herr Lehrer? Da waren Zombies, meint der gerade. Herr Bendeci, sei jetzt mal ehrlich, hast du echt einen Zombie gesehen, oder wie? Bendeci, sei ganz ehrlich, Bro. Bendeci, du hast dir das irgendwie eingebautet, du hast dir selbst den Kopf gestoßen, oder so, guck mal, hier ist auch wirklich alles umgefallen. Schau mal, du brauchst keine Angst zu haben, okay? Wir sind alle bei dir, okay? Guck mal, wir leben noch alle, außer Lilly vielleicht. Aber egal, wir leben noch alle, okay? Herr Lehrer, wo fahren Sie uns hin? Wo fahren wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Wir fahren zu einem geheimen Ort. Okay, okay, haben wir den Geheimt-Autos? Können alle mit? Können alle mit? Ja, alle können mit, keine Sorge. Herr Lehrer, bitte erzählen Sie mir jetzt, was hier verdammt nochmal los ist, Mann. Was ist hier los? Okay, also, ich habe auch schon in den Medien gehört, es sollen noch andere Sachen passieren. Ich erkläre euch erstmal, wo wir jetzt hinfahren. Warum ist hier auf einmal das Wasser weg? Herr Lehrer, warum ist hier auf einmal das Wasser weg? Weil es hier höher ist. Guck mal, hier ist so eine kleine Mauer. Ach, ich verstehe, das Wasser steigt immer, oder wie? Ja, das steigt immer, immer und immer weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es gibt verschiedene Phasen, irgendein verrückter Typ hat irgendein Gerät gebaut, womit Wasser steigt. Irgendwie hat das auch was mit Season 3 zusammen zu helfen. Ach so, ja, ich habe das, glaube ich, in den Medien mitbekommen, irgendwie, dass es in Season 3 heute startet oder sowas. Ich glaube, deswegen ist hier alles überflutet und sowas. Herr Lehrer, was machen wir denn jetzt? Ich möchte einfach nur die... Heute war einfach der dritte Tag auf Klassenfahrt und hier ist einfach nichts los, Mann. Was machen wir denn jetzt, Herr Lehrer? Wir fahren zu einem, ähm, Bunker. Zu einem Bunker fahren wir. Wo, ähm, wir dann... Das zeige ich dir. Der steht hier unten. Es kommen nämlich noch schlimmere Phasen. Diese schlimmeren Phasen, wo... Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier ist ein Auto, Herr Lehrer. Hier ist ein Auto. Können wir damit einfach zur Schule zurückfahren? Ich habe hier echt Angst. Ich komme echt zurück. Wo ist Tata hin? Wo ist Tata? Ey, Herr Lehrer, Herr... Tata und so vielen. Wo sind die? Tata, hallo? Die kommen. Oh mein Gott, da sind die. Wir finden. Wir sind hier hinten. Wenn es die ähnere Tata, seid ihr da? Seid ihr das auch wirklich? Ja, ja. Okay, okay, okay. Habt ihr irgendwas gesehen? Habt ihr irgendwas gesehen da draußen? Nein. Okay, okay. Nein, bislang noch nicht. Nichts gesehen? Aber die Flut steigt immer mehr. Wir müssen uns beeilen. Schnell. Die Flut oder wie? Oh mein Gott, oh mein Gott, okay, okay. Herr Lehrer, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt, Herr Lehrer? Bleibt mal hier stehen. Ich zeige euch was. Okay, okay, was ist hier? Was ist da? Oh mein Gott, was ist das? Was? Das ist die geheime Waffenkammer. Willkommen in meinem Reich. Das sieht ja anders krass aus, aber ein paar Fehlpunkte hat das noch anscheinend. Ja. Dann lasst du das einfach reinspringen, Herr Lehrer. Oh mein Gott, wie das hier aussieht. Jetzt kommt, holt euch alles, was ihr hier holen könnt. Was? Alter. Der sieht ja voll geil aus. Ich fahr den. Folgendes. Da hinten zum Beispiel. Oh mein Gott, ich nehme mir die Waffe hier einfach. Die sieht krass aus. Folgendes. Ich gehe mit dem Mecher hier vor. Ja? Und falls die Phase kommt, ihr fahrt nur mit den Autos hinterher, hinten mit Minigun. Falls die Phase kommt, kann ich euch vorne Schutz leisten. Okay, okay, Herr Lehrer. Okay, Herr Lehrer. Ich würde sagen, ey, ey, Klassenkameran, hört mal zu. Klassenkameran, hört mal zu. Schaut mal, wir sind hier in einer echt schwierigen Lage. Wir befinden uns hier wirklich in einer schwierigen Situation. Ich möchte euch, dass ihr die Situation hier wirklich ernst nimmt. Und lasst mich am besten fahren. Und wirklich, wenn da jetzt wirklich Zombies oder sowas sein sollen, dann tötet die, okay? Versucht wirklich, die alle zu töten. Komm, komm, komm. Wir steigen jetzt ein. Steigt alle ein. Okay, okay. Herr Lehrer, sind Sie auch da? Jo, warte kurz. Okay, okay. Okay, Herr Lehrer. Okay, ähm, Herr Schweinebacke, Mann, haben Sie es? Haben Sie es, Herr Schweinebacke? Ja. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, was ist das bitte für eine Maschine, Schweinebacke? Woher kennen Sie den Bunker hier? Sagen Sie uns, was hier verdammt nochmal los ist. Das kann ich euch später erzählen, aber nicht in dieser Zeit, okay, 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 okay. Ey, oh mein Gott, habt ihr jetzt gehört, jetzt sind irgendwie Zombie-Geräusche überall. Hört ihr das? Nein. Woher kommen, woher kommen die ganzen Zombie-Geräusche? Oh mein Gott, das sind Zombies, Digga. Oh mein Gott, seht ihr das? Da sind wirklich die Zombies, das hat die Wahrheit erzählt. Ey, ey, tötet die, tötet die, ihr habt Waffen, ihr habt Waffen. Ich mach das. Oh mein Gott, hier sind so viele. Oh mein Gott, Community, was ist hier los, Mann? Oh mein Gott, oh mein Gott, passt auf, wir überfahren die einfach, wir überfahren die einfach. Oh mein Gott, es sind so viele Zombies, ach du Scheiße. Ey, tötet die, tötet die alle. Was? Nein, wo ist Endret hin? Endret ist irgendwie runtergefallen. Schnell, schnell, wir müssen hier runter, oh mein Gott. Komm, komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell. Endret ist irgendwie runtergefallen, ich hoffe, der kommt gleich wieder. Schnell, schnell, schnell. Herr Lehrer, wo gehen wir hin? Herr Schweinebacke, wo gehen wir hin? Oh mein Gott, wo ist unser Lehrer? Wo ist Herr Schweinebacke? Da ist er, da vorne. Nein, was? Herr Schweinebacke, was ist da los? Herr Schweinebacke, kommen Sie schnell. Oh mein Gott, Herr Schweinebacke, kommen Sie schnell. Herr Schweinebacke, ist alles gut bei Ihnen? Ja, wir sind viel zu viele. Oh mein Gott, Herr Schweinebacke, wir müssen hier echt weg. Was ist hier los, Herr Schweinebacke, Mann? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir müssen auf ein Wunder hoffen. Auf ein Wunder hoffen, was? Komm, 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 wir laufen lieber. Ich glaube, mit dem Auto sind wir viel zu laut, ich bin euch ehrlich. Da hinten, Reinix kommt. Reinix, Bro. Reinix, Bro. Reinix, 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 Reinix. Ich höre dich, Bro, Reinix. Kannst du reden, Bro? Wir gehen jetzt in die Stadt. Das Wasser hält die Zombies ab. Das ist der beste Weg, sie hält ihn, aber nicht immer. Okay, 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 komm, 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 komm. Tata, Tata, lass mich lieber vorgehen, ich habe die Taschenlampe, okay? Tata, bleib hinten. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, hier ist wirklich alles voll... Ey, da sind auch noch Zombies, Herr Lehrer. Da sind auch noch Zombies. Oh mein Gott. Was ist hier nur los, Mann? Wir müssen schnell ins Haus rein. Ich glaube, mit dem Haus sind wir am sichersten. Stell ins Haus rein. Wir müssen schnell ins Haus rein. Komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell. Tür zu dann, Tür zu dann. Okay, okay, alle rein, alle rein, alle rein, alle rein. Komm, komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell. Ich halte die Tür offen, ihr müsst schnell alle reinkommen. Alle rein, wirklich. Schweinebacke, Reinix ist da. Tata ist da, okay. Wer fehlt noch? Komm, schnell, Bro. Du musst schnell kommen, Digga. Endrit, beil dich, Digga, hinter dir, zum Zombies, Mann. Hinter dir, Bro. Endrit, ich halte die Tür. Beil dich, beil dich, beil dich. Endrit, nein. Endrit. Endrit wurde geholt. Endrit. Egal, komm, schnell rein, komm, schnell rein, komm, schnell rein, komm, schnell rein. Komm, schnell rein, komm, schnell rein. Alle rein jetzt. Alle rein jetzt. Alle rein. Oh mein Gott, schnell, schnell, mach die Tür zu. Community, seht ihr das, Mann? Hier vorne stehen einfach Zombies. Ich glaube, der sieht mich nicht, weil der ein bisschen behindert im Kopf ist. Aber ey, lasst uns alle hochgehen. Okay, lasst uns alle hochgehen. Schnell, 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 schnell. Alle hoch, alle hoch. Alle hoch. Alle hoch, ich gehe jetzt, setze es hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, hier oben sind wir am sichersten. Kann das sein? Oh mein Gott, was ist hier nur los, Community? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Digga. Ey, Reinix, Bro, weinst du etwa? Digga, ich habe solche Angst, Digga. Ey, Reinix, Mann, du brauchst echt nicht zu weinen. Guck mal, Bennacy hat auch die ganze Zeit geweint. Bennacy, wir schaffen das, okay? Okay, Bennacy? Wir schaffen das, okay? Ja, ja, wir kriegen das nicht. Ey, wir schaffen das echt, Jungs, okay? Ihr müsst wirklich, ihr müsst einfach nur an uns glauben. Wir werden das hier irgendwie überleben. Ich werde es euch versprechen, dass wir es alle überleben. Endert es zwar tot, einmal lasst uns kurz eine Schweigeminute verändert machen, okay? Okay, die Minute ist schon zu Ende. Ey, ey, was machen wir denn jetzt, Herr Lehrer? Jungs, ich verspreche euch, ich beschütze euch mit meinem Leben. Die Zeit muss bald zurück sein. Irgendjemand muss den Typen besiegen. Wen denn? Damit wir die besiegen können. Wen, wen meinen Sie denn? Weil die sind immer unendlich da. Die, 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 Midas hat einfach komplettes Chaos bebreitet und damit die Season 3 eingeleitet. Wie heißt die Season 3 beginnt jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, alles voller Wasser. Okay, 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 wartet mal. Wir müssen, wir müssen das, wir schaffen das, okay, wir schaffen das. Herr Lehrer, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Wir können doch nicht immer jetzt in diesem Haus hier drin bleiben. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Nein. Warte, ich, ihr bleibt hier drin. Ich, ich geh kurz raus und guck. Oh mein Gott, hier sind Zombies. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, tötet sie. Die sind ins Haus reingekommen, die sind ins Haus reingekommen. Oh mein Gott, Community. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Herzinfarkt, Digga. Oh mein Gott, Community, Tata, weint einfach. Tata, Tata, du brauchst nicht zu weinen, ich bin bei dir, okay? Ja. Tata, warum weinst du denn jetzt? Guck mal, wir sind doch alle bei dir. Ja, ich hab schreckliche Angst. Ich wollt noch mit jedem Jungen Boom Boom Shaka Laka machen. Hä? Deswegen hast du jetzt Angst, oder wie? Hast du nicht irgendwie Angst um dein Leben? Ja, auch ein bisschen. What the fuck, Tata? Okay, egal, egal. Tata, wir holen das nach, okay? Okay. Nein, Spaß machen wir nicht. Oh shit, gecoppt. Okay, nein, Spaß, Tata. Okay, okay, okay. Ey, Community, was machen wir denn jetzt? Wir müssen jetzt raus, Herr Schweinebacke. Wir müssen hier echt raus, wir können hier nicht mit rumbleiben. Komm, wir müssen jetzt sofort raus. Die Tür wird langsam schwach. Die Tür wird langsam schwach. Kommt mit, wir gehen jetzt raus, wir gehen jetzt echt raus, Herr Schweinebacke. Ich mach Licht an und ihr schießt, okay? Ihr müsst schießen, wenn da Zombies sind. Ich werde euch sagen, wenn Zombies saßen, lasst mich zuerst rausgehen, okay? Zombies auf, 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 auf. 12 Uhr, auf 12 Uhr Zombies. Alle einmal bis hier eliminieren. Zombies auf 12 Uhr. Zombies auf 12 Uhr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, okay. Wir, 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 wir move'n weiter, wir move'n weiter. Äh, Zombies rechts von uns, rechts von uns Zombies. Indiminiert sie, schnell, schnell, schnell. Rechts von uns wieder Zombies. Und vor uns. Okay, okay, ey, Leute, wir müssen jetzt echt mal weiter. Zombie direkt vor mir, killt ihn, tötet ihn, eliminiert ihn, eliminiert ihn. Okay, okay, gut, gut, gut. Wir müssen jetzt irgendwie weiter. Wir müssen zum Auto wieder hin. Wo ist das Auto hin? Weiter, weiter. Wir sollen jetzt das Auto weiter weggelassen. Oder wo geht... Was machen wir jetzt, Herr Schweinebacke? Ich hab keine Ahnung. Hinter ihn, hinter ihn. Herr Schweinebacke, Herr Schweinebacke. Ahhhhhhhhhh. Eliminiert sie alle. Vor mir, vor mir, vor mir, sehr gut. Okay, nicht mehr schießen. Wir müssen jetzt weiter, müssen jetzt weiter. Lass die Zombies in Ruhe. Die Zombies sind eh langsam. Wir müssen jetzt echt laufen, müssen jetzt echt laufen. Komm, komm, komm. Okay, vor mir, Herr Schweinebacke, ich bin hier in den Sidi, okay? Genau, einmal bitte schnell in den mir. Sehr gut. Oh mein Gott, Herr Schweinebacke, ich will unbedingt mal eine Familie sehen und sowas. Und jetzt, wir sterben hier alle. Das Wasser wird hier richtig hoch. Ey, wir müssen hier schwimmen, wir müssen hier schwimmen. Oh mein Gott, das Wasser ist hier so hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin fisch, ich kann das gut. Hä? Oh mein Gott, Herr Lehrer, der Flughafen ist ja auch voll mit Wasser. Der ist ja auch komplett voll mit Wasser. Die Flugzeuge, die Flugzeuge. Hier, okay, okay. Oh mein Gott, was? Das Wasser ist hier irgendwie verpackt. Egal, egal, schnell, schnell. Wir müssen jetzt los, Leute. Komm, schnell. Also ich weiß, Community, ich habe keine, was mit der Klassenfahrt hier passiert. Aber die Klassenfahrt ist echt komplett am eskalieren. Wir müssen hier echt jetzt schnell weg. Wir müssen hier einfach schnell weg, Digger. Fliegen Sie schnell los, Herr Mr. Schweinebacke. Warte, ich muss noch eins erledigen. Was machen Sie? Was machen Sie da, Herr Schweinebacke? Herr Schweinebacke, nein, was machen Sie da? Die Atombabe wird ausgelöst, jeder Zombie wird eliminiert. Was? Wo fliegen wir jetzt hin, wo fliegen wir jetzt hin, Herr Schweinebacke? Back to home.